Ja Leute, Willkommen zu einem neuen Projekt von mir, ein Mario-Spiel wieder. Ihr habt ja lange kein Mario-Spiel mehr von mir gesehen, aber ihr wisst schon bestimmt, welches Spiel das ist. Für die Leute, die ich schon bei Lucifo das gesehen habe, das ist jetzt auch bei mir. Okay, Luigi begrüßt uns. Schon wieder ein Picknick. Okay, okay, ja. Wir sind rumfliegen, okay, kleine Intro. Also neues Projekt, das ist Super Mario Advance 2 und gleichzeitig auch Super Mario World 1. Ich weiß nicht, was der Unterschied von den beiden ist, keine Ahnung. Ich spiele es einfach, genieß es. Und eins will ich schon davor sagen, ich werde die Sternenlevel nicht machen. Es gibt einen einfachen Grund, weil... Äh, wo ist Peach? Also ich habe keine Lust auf die Sternenlevel. Das dauert mir einfach zu lange. Ich werde einfach, ich werde alles machen, außer die Sternenlevel. Also alle Geheimwege und so finden und versuchen. Ja, Peach ist weg. Und wer hat den wohl? Wer hat sie wohl? Bowser, ist klar. Super Mario World. Super Mario Advance, wie ich gesagt habe. Und los geht's. Äh, Super Mario World. Din, din, din. Super Mario! Yeah. Deutsch. Und... Neu. Willkommen im Dinosaurierland. Prinzessin Todstol wird vermisst. Was bedeutet, dass der böse Bowser wieder einmal sein Irrnwesen treibt? Ja, wer kann es sonst sein, der jedes Mal im Peach entführt? Donkey Kong könnte es auch sein. Okay, los geht's. Mit Joshi Insel 1. Tsk. Ach, ich zeige euch einfach meine Skills. Ich kenne das Spiel schon auswendig. Deswegen ist es kein Problem für mich. Ich glaube, und die Parts werden immer 20 Minuten dauern, weil das geht auch viel schneller vorbei. Ich muss mich ja nicht so konzentrieren. Ach, ich will die Münze haben. Und ein Pilz. So. Zerstören. Ach, du musst auch weg. So, dankeschön. Din, 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 din. Den Pilz brauche ich nicht. Das brauche ich aber. Und weiter geht's. Din, 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 din. Und speichern wir das ab. Ach, komm. Okay, jetzt habe ich wieder reingekackt. Obwohl ich zeigen wollte, dass ich Skills habe. Und ich brauche noch eine kleine Pause von Donkey Kong, weil... Ach, Donkey Kong kann es wie eins. Boah. Okay, so. Ich kriege das Leben, ich kriege das Leben. Ich habe das Leben. Ach, komm. Die Steuerung muss ich mit das Tastatoria machen. Eine rosa Hose. Ey. Ach, den bringe ich um. Stirb. Und 16 Punkte. Ach, ich spiele das auf GBA. Wollte ich kurz erwähnen. Und, los geht's. Ach, ich glaube, ich werde heute sehr viel aufnehmen von diesem Spiel, weil das ist ein sehr leichtes Spiel, finde ich. Gelbe Schalterpalast. Ach, komm, drücken. Ach, komm, drück. Ein Leben. So, so, so. Verdammt. Okay, neun Leben. Den, 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 den. Ach, zu diesem Spiel kann ich es einfach nicht sagen. Also, ja, Sternenlevel mache ich nicht, aber wenn ihr das sehen wollt, geht zu Lucifots Kanal. Er hat das schon gemacht. Schalterpalast. Der Schalter, den du gedrückt hast, verhandelt sich von das hier zu einem gelben Schalter. Also, wenn ihr sehen wollt, wie der Sternenlevel alles aussieht, könnt ihr das bei Lucifots sehen. Bei mir werdet ihr das nicht sehen. Spiel speichern. Ja. Runter mit uns. Schade ist, ich kann das auf Speed machen. Ja, aber dann wird das Sound richtig scheiße klingen. Deswegen mache ich das einfach mal. Joshi in, äh, Joshi in SEL 1. Okay. Ein Leben. Ach, warum hole ich das eigentlich? Das hole ich sowieso nicht. Hier war ein Joshi. Ja. Hurra, ich bin gerettet. Vielen Dank. Ich heiße Joshi. Bowser hat mich in diesem Ei eingesperrt, als ich meine Freunde retten wollte. Okay. Ich habe das Spiel immer auf Englisch gespielt. Also, auf den Super Nintendo. Deswegen habe ich die Story nie so richtig verstanden, weil es auf Englisch war. Deswegen habe ich das auf eine deutsche Version gefunden davon. Und deswegen ist es sehr, sehr gut. So. Den, 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 den. Ein Leben dazu. Komm, oh. Ach, komm so. Da ist irgendwas. Das weißt du ja noch. Das habe ich. Und weiter geht's. Irgendwas passiert da, wenn man genügend sammelt, oder nicht? Von diesen, ähm, roten Teilen. Ach, hier. Ach so. Das passiert. Und so. Komm. Warte, kommt man nicht irgendwo rein hier? Doch, hier konnte man rein. Ach, diese Kacke. Ach, komm, weiter. Da oben gibt es sowieso nichts. Und so, und so. Und 29. Ey. Irgendwie tut meine linke Hand weh. Boah, ich habe heute nichts gemacht. Verdammt. Egal, komm. Den, 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 den. Joshi-Insel 3. Den, den, den. Ach, hier. Diese Kacke. Okay, komm. Das wird ein Speed-One, aber sehr schnell. So, so. Komm mal runter. Danke. Okay, Glück gehabt. Den, 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 den. So, so. Verdammt. Ach, Kacke. Ich war zu schnell. Ich war zu schnell. Komm, nochmal. Einmal bist du gestorben. Kann man das irgendwie... Ja, so konnte man das runterbringen. Okay. 13 Leben habe ich. Ich hatte... Okay, kriege ich hier einen Pizzerück. Danke. So. Beil dich, beil dich. So. Ach, so ein leichtes Spiel. So. So. Hier bekommt man nichts anscheinend. So. Und... Bäm. 18. 18. Ach ja, ich wollte euch doch kurz was zeigen. Komm weiter runter. Ich zeige euch mal, was hier an der Stadt... Also, hier steht. Also... Hey! Hallo, ich bin leider nicht zu Hause. Ich muss meinen Freund retten. Die Bose... Die Bose sich geschnappt hat. Joshi. Okay, das wollte ich euch noch kurz zeigen. Ich weiß gar nicht, ob Lucifer das auf Deutsch gespielt hat oder nicht. Ich glaube, er hat das auf Deutsch gespielt. Ach, die Fische nochmal. Ach, komm. Ich kriege einen Pilz. Hier war auch irgendein komischer Geheimweg, oder nicht? Hier waren aber diese komischen Teile, das weiß ich. Ach, diese komischen Viecher. Komm, nicht diese... Ach. Ach, Kacke. Was steht da zu dem? Eine Welt, die du bereits bändet hast, kannst du verlassen und zur Landkarte zurückkehren. Nimm den Start, drückst und zurück abwählst. Oh, das war knapp. Ach, beeil dich. So, danke. Und so, rein mit dir. Dankeschön. Warte, die Münze will ich da mal haben. Und... Die Musik ist aber ein bisschen anders. Oder kommt es mir nur so vor? Okay, geschafft. Und 14 Leben und... Habe ich was voll? Nein, da fehlt noch was. 780... Ding, 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 ding. Ich kann Mathe. Ey, ey. Okay, jetzt kommt der erste Boss. Igis Festung. Ach, Iggy, komm. Überspring das einfach, komm. Und so. Schade, dass man nicht so schnell klettern kann. Die kann man leicht töten. Wenn man einfach die dagegen box... Und so. Und runter mit dir. Dankeschön. Verdammt. Warte, wie komme ich auf die... Achso, da, okay. Ach komm, lass mal runter. Hält sich irgendwie automatisch fest. Von die Kacke. Oh, so. Und geschafft. Den, 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 den. Ach, Leute. Ich dachte bestimmt, ich werde hier so angequetscht oder so. Warte. Hier so. Eine Blume für mich. Ach, Leute, Leute. Denkt einfach nicht, dass ich hier sterbe. Das ist unmöglich. Dass ich hier sterbe. Habe ich doch gesagt, Leute. Ich habe es doch gesagt. Ach, Kacke. Mit Tastastu ist es viel, viel schwieriger. Verdammt. Okay. Geschafft. Ach, mit Tastastu ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich habe es geschafft. Kurs clear. Ding, 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 ding. Und 14 Leben. Ey. Jetzt will ich mal eigentlich lesen, was da steht. Thank you. Ich habe es noch nie verstanden, als ich das als kleines Kind gespielt habe. Das auf unten. Maru und Julia haben den durchgeteilten Iggy-Kopper in Festung Nummer 1 besiegt. Und Joshis Freund gerettet. Der immer noch in einem Ei gefangen ist. Gemeinsam machen sie sich nun aufs zum Land. Zum Donutland. Donutland. Ey. Donut. Lecker Donald. Okay. Das haben wir jetzt auch. Wartet. Ach komm, speichern wir. Wartet. Zwölf Minuten. Okay. Machen wir weiter. Wir haben alle Zeit der Welt. Und hier kommt so eine komische Missgestalt. Dankeschön. Ach, Kacke. Und so. Egal. Jetzt noch die Feder hier. Hier rein. Ach komm, das hier. Glück gehabt. Ah, Kacke. Okay, nochmal Glück gehabt. 16. Ach, nochmal Glück gehabt. Ey. So, nochmal. Ja, nochmal. Nur einmal falsch gelegen. Aber egal. Ist nicht so schlimm. So. Ich weiß, dass es auch hier eine geheime Passage gibt. Komm, Joshi. Rigg mich nicht auf. Hier ist die. Und hier, komm mal rein. Jetzt können wir zu der Fischmenscheninsel. Äh, sagst du Fischmenscheninsel. Ist klar. Das schwimmen ist eklig mit Tastatur. Oh, das war knapp. Ich gehe nach oben. Oh, das ist der Fischmenscheninsel. Oh, das ist der Fischmenscheninsel. Verdammt. Verdammt. Egal, ich habe Joshi. Ich habe Joshi. Das Leben brauche ich da oben sowieso nicht. Ich brauche es nicht. Okay, hier habe ich das hier. Erstmal alles hier fressen. Danke. Die Blume kann ich gebrauchen. So. Ach komm, speichern wir ab. Das war knapp. So. Ach, schwimm mal weiter. Schwimm mal weiter. Dankeschön. Verdammt. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ach komm. Und so. Jetzt haben wir die Schlüsse auch noch. Ach komm. Und. Rein damit. Dankeschön. Ach, das geht schnell. Wir können den normalen Weg auch noch benutzen. Aber erstmal hier das Geisterlevel. Steig ab. Und. Rein mit uns. War das Geisterlevel hier. Das war was Ekelhaftes. Weiß ich noch. Irgendwas war hier daran Ekelhaft. Die Joshi Coins lasse ich jetzt einfach mal. Dummer Spasti. Rein mit dir. Eine Blume. Die Priemusik. Die Priemusik. Oh. So. Warte mal. Ich hab da eine Idee. Ich weiß nicht mehr genau, was man hier machen muss. Ich mach einfach das hier. Das ist der normale Ausgang, oder? Okay. Dann muss ich den Geheimausgang finden, um den Boss zu besiegen. Den Riesen. Wuhu. Aber erstmal Leben sammeln. Bonus Game. Okay. Das war eigentlich immer für mich simpel. Ach, jetzt hab ich die Sternen, Fubi. Zwei Stück. 21. Runter. Dankeschön. Dankeschön, wie das Leben. Den, 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 den. Yeah. Mario. Okay. Fortsetzen. Speicher weiter. Aber erstmal diesen komischen Boss hier zu besiegen. Ist mir viel wichtiger. Ich will ja euch alles zeigen. Oder soll ich 30 Minuten Parts machen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich guck mal. Ich schau mal, wie ich das machen will. Verdammt. Okay. Irgendwas Böses hat da gelacht. Und so. Ich krieg wieder eine Blume. Und so. Und so, und so, und so, und so. Und so. War das jetzt richtig? Ich weiß nicht. Wieso ist... Wieso... Wie zum Teuf... Warum zum Teufel bin ich hier wieder hier? Egal. Ich nehm mal das hier mit. Da ist ein Geisterlevel immer irgendwas merkwürdig. Das weiß ich nicht mehr. Was genau? Ach komm. Stirb, 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 stirb. Du Geist, fick dich. Ficke dich ins Knie. Greif mich nicht an. Ähm. Ich geh mal da rein. Und komm hier raus. Okay. Merke ich mir. Aber ich weiß nicht, was... Warte mal. Warte mal. Wie komm ich zu der mittleren Tür eigentlich? Wartet. Ach so. Okay. Ich wollte nur kurz die Zeit anschauen. Ach komm. Okay. Ach so. Okay. Jetzt hier rein. Warte mal. Was hat das hier zu sagen? Tipp für die Touristen. Die Richtung der Münzen, die manche Blöcke nach dem Anschluss ausgeben, kannst du mit Hilfe des... äh... Fernsteuern. Warte. Irgendwo muss eine blaue Tür sein. Ach komm. Fick dich, guys. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Okay, komm. Okay, da ist irgendwie da hinten stecken geblieben. Okay, da bin ich jetzt wieder hier. Und jetzt wieder rein. Okay, dann muss ich auf die andere Seite. Dann wartet hier auf mich der Boss. Was zur Hölle? Hä? Verdammt, wie ging das wieder? Verdammte Geisterlevel. Verseit, äh, seid verbruch dir, scheiß Spastis. Boah. So. Okay. Was hat das hier zu sagen? Im Dimensaurierlern gibt es fünf Eingänge zur Sternenwelt. Findest du alle, kannst du inzwischen in den verschiedenen Welten hin und her reisen. Okay. Okay. Hey, ich verstehe es nicht. Hä? Okay, guck mal, ich schaue das gleich mal nach. Mal wissen, wie zum Teufel man zum Boss kommt. Es gibt eine Möglichkeit, das weiß ich doch. Wie zum Teufel ging das nochmal? Wie habe ich das früher gemacht? Okay, auf die andere Seite mal. Und dann hier rein vielleicht. Verdammt. Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.